Musik Vielleicht haben sie gerade hier Kaffee getrunken. Vielleicht saß gerade da der dicke Mann, der Bier getrunken hat. Allerdings war es da Herbst. Und wenn ich einen Film über Inge machen würde, würde ich genau hier die Szene drehen, wo sie sich umbringt. Genau hier im Tiergarten. Ich wurde 1998 in Berlin geboren, heißt Helena Kargol und besuche hier ein Gymnasium. Ja, ich habe eine ältere Schwester, einen kleinen Neffen. Wir wohnen in Berlin. Meine Eltern sind hier vor ungefähr 28 Jahren hergezogen. Ich fühle mich ein Europäen. Also ich bin aus Europa. Ich komme aus gar keinem Land. Wie Sie sehen hinter mir mein ganzes Leben. Meine Urgroßmutter und Inge und mein Opa, der mir als kleines Kind Gedichte vorgelesen hat. Dank ihm habe ich angefangen Gedichte zu lesen. Danke Opa. Aber ich freue mich auf jeden Fall, später etwas mit Film und Theater zu tun zu haben. Gautzynski hat Inge nur einmal getroffen und einmal mit ihr geredet. Und dann hat er viele Monate später das Gedicht geschrieben. Inge Bartsch habe ich auf Polnisch gelesen, dank meiner Mutter, die mir das Gedicht vorgestellt hat. Doch die deutsche Fassung ist auch sehr gut. Sie war rothaarig, aber nicht völlig. Ein gewisser Glanz umspielte ihr Haar. Sie lebte mit Fink. Fink war Regisseur und ein blasierter Salon-Kommunist. Solche gibt es auch bei uns in der Masowjetska. Und Inge? Inge hatte etwas Deutsches in sich. Diesen Akzent im Wort Mond, der Mond, im Monde. Fink aber war ein Dummkopf und blond. Eine einfache Geschichte. Ich kam gerade aus Polen. Berlin, Berlin, Regen. Der eiserne Friedrich drückte mir wie eine Verdauungsstörung aufs Herz. Lange Weile. Und plötzlich ein Wunder. Ein Kabarett, ein winziges Herz im Untergrund. Ein Lied erklingt. Der Autor heißt Kurt Stoholski. Ich sehe. Inge sitzt am Klavier. Sie singt und spielt. Ach, wie schön muss sie sein, wenn sie aufsteht. Sie stand auf. Sie hatte kleine, vollkommene Brüste. Und verzeihen Sie mir bitte. Ihr Bauch wirkte sich so wundervoll unter dem Kleid. Dass ich zu applaudieren anfing und rief. Es lebe der Bauch. Ein Sommer verging. Ein Herbst und ein Winter. Und noch ein Frühling. Und noch so ein Sommer. Bis eines Tages ganz plötzlich. Ein Startstreich. Coup d'etat. Und alles spielte sich ab wie auf der Bühne. Ich saß mit Inge im Tiergarten. Und Herbst in Berlin im Tiergarten. Da sind meine Herrschaften solche Töne. Von den Bäumen dampfte der Nebel. Der Wind tief wie ein Bass. Da sagte Inge auf einmal. Wissen Sie was? Sie hatte so etwas an der Stimme oder den Zähnen. Wissen Sie was? Das Leben ist mir langweilig geworden. Hm. Ich schaute sie an. Mit einer Zigarette im Mund. Ich bin nicht Wissbyski. Doch wie dem auch sei. Ihr Ausspruch rührte mich an. Zu spät. Der Revolver war nicht größer als eine Rose. Klick. Und Inge ging auf die Reise. Ins Oudela. In die deutsche Metaphysik. Ein dicker Biertrinker zuckte nicht mal zusammen. Und war nicht verwundert. Denn so ein Klick. Da konnte sich nur ein Kind umgebracht haben. Und hinterher hatte sie noch längere Wimpern. Die Leiche roch nach Herbst. Schwarzem Kaffee. Pilzen. Und Nonsens. Inge Bartsch war perfekt für mich. Also so wie für mich geschrieben. Ich habe angefangen mich mit dem Gedicht verbunden zu fühlen. Als ich diesen Satz über ihre Haare gelesen habe. Da in dem Gedicht von Gautzynski. Inge Bartsch hat sich das Leben genommen nach dem Staatsstreich. Also wenn ich einen Film aus dem Gedicht machen würde. Würde ich mich erstmal auf den Weg machen. Und in Berlin die Atmosphäre der 30er Jahre finden. Die Atmosphäre der damaligen Zeit wird sehr gut im Film. Der blaue Engel und Cabaret abgespielt. Wenn ich den Grund des Todes von Inge Bartsch zeigen sollte. Würde ich halt Inge zeigen wie sie neben Radio sitzt. Und gerade die Nachrichten hört über den Reichsrechtsbrand. Vielleicht hatte sie schon eine Vorahnung was passiert. Und was kommt. Ich würde ebenfalls so eine Aufnahme zeigen. Dass man eine halbvolle Tasse Kaffee sieht. Ein Aschenbecher. Und symbolisch auch eine Vase mit einer Rose. Wenn ich schon heute die Möglichkeit hätte anzufangen. Würde ich es auf jeden Fall tun. Doch so oder so hätte das Gedicht eine viel größere Aussage als der Film. Ich vermute, dass Gaucchiskis Inge viel berühmter ist als die echte Inge. Die echte lebt nicht mehr, also seit ein paar Jahren. Und die aus dem Gedicht ist für die Ewigkeit. Und die aus dem Gedicht ist für die Ewigkeit. Und die aus dem Gedicht ist für die Ewigkeit. Auch auf jeden Fall. formaativ ist für die Ewigkeit. Und die aus der counselorseule.